Grüß euch aus Burgenland, ich bin der Scheiber. Heute gibt es einen Vösch Riesling, ist eigentlich typisch fürs Burgenland. Es ist Jahrgang 19, 12,5 Alkohol, ziemlich stark, weil wir ein schönes Jahr gehabt haben. Es ist viel Sonne. Es hat einen leichten Touch, ein bisschen Sauvignon, aber ist natürlich ein sensationeller Wein. Ja, es ist ein super spitzen Wein geworden und jetzt würde ich gerne von euch hören, was ihr dazu sagt. Und jetzt trinke ich selber ein Glas. Zum Wohle. Und zum Schluss, wisst ihr eh, trinkt's und kauft's, weil nächstes Jahr gibt es einen Nein.